Hey Leute, heute kommt ein neues Video und zwar Happy Wheels. Ich spiele es auf mein Handy immer gerne. Und ja, wir fangen gleich auch an. So, ich würde gerne eigentlich dieser hier sein. Aber dieses ist auch ganz lustig. Ja komm, diese geht. So, wir fangen zu. Ja, die Farbe, Mann. Ach du, oh. Hä, die Farbe, Mann. I don't know. Where is the art? Ach so. Ja, gut. Nein, 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 nein. Weil ich mich nach vorne, wenn es geht. Ach du, Kack. Eine Frage. Der Hut ist wieder hier. Ähm. Das ist kompliziert. Oh. So, bei meinem Handy ist das nicht so. Hallo, ich möchte nach oben. Wow. Ach so. Oh, ja, gut. Also. Wow. Ach du, ach du, ach du. Scheiße. Oh mein Gott. Könnt ihr das sehen? Guckt. Okay. Okay. Wisst ihr was? Wir machen blau. Juff. Nein, nicht das. Jane, Jane. Wir machen die Frau hier. Mit vielen Coca-Cola. Ja. Ich möchte die. Hallo. Oh, die kann nicht. Oh. Dann nehmen wir diese hier. Wie stoppe ich? Also. Ach du, ach du, ach du, ach du, ach du. Hallo, hallo, hallo. Das hier ist kompliziert. Okay, da kennt ihr schon mal. Also mit dem Fahrrad. Das wird hier schwer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kann ich mega schnipp sterben hier. Bei mir meisten. Also jetzt müssen wir hier springen oder was. Ich spiele das nicht mehr. Also wir spielen jetzt, ähm, wir spielen gleich, ähm, Agario. So, ähm, jetzt machen wir einfach hier ein Nickname. Ich mache jetzt Italy, dass ich dann vielleicht, vielleicht bekomme ich die Flagge. Wer weiß. Ja, hier haben wir sie. Die Italien Flagge hier. Also dieses Spiel geht einfach, guckt einfach dazu, dann werdet ihr sehen, wie es geht. Also ich habe vorhin versucht und habe es auch geschafft, sehr groß zu werden. Ähm, aber das kommt einfach darauf an, wie Lust man hat. Natürlich kann man jetzt diese hier kleine Schnappen hier. Hallo, ich möchte die Schnappen. Schreibe, jetzt habe ich verloren. Ich bin in den großen reingegangen. Nein, 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 das hier ist nichts zu gucken. Okay, nein. Ja. Natürlich bleiben wir bei Italien. Also wirklich, wenn ihr größer seid als dieses hier grüne Ding mit Spitzen, dann werdet ihr aufgeteilt. Das solltet ihr wissen. Ja, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Das Spiel wird lang dauern. Ja, wenn ihr noch mehr von diesen Videos möchtet, wo ich spiele, vielleicht Movie Supplement, dann schreibt es in die Kommentare. Weil ich muss sagen, ich brauche sehr lange dieses Video zu bearbeiten. Weil ich ja hier muss, dass ihr es auch seht. Muss ich da irgendwie hinkriegen. Aber das wird dann schon irgendwie. Ja, wenn man größer wird, dann wird es mal einfach lang gesammelt. Mhm. Das wird einfach schnell. Weil die Kleineren, die können sehr schnell gehen. Okay, die ist viel kleiner als ich. Ach du, ach du, ach du. Scheiße, ich bin... Ja gut. Bis zum nächsten Mal.